. 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 So, ich nehme wieder den Hunter. Wieder rein. Hunter holen. Und bombardieren gehen. . 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich weiß, es ist jetzt gerade dumm, diesen Heli zu nehmen. Naja. Wo sind sie denn, die bösen Pupen? Hier kommen sie. Aber das sieht so aus, als wenn die mich nicht belästigen würden. Oder doch, oder nicht, oder ich weiss es nicht. Ich muss einfach fliegen, flieg, Charlie, flieg. In eine überrasse romantische Stimmung hier. Militärische Gebäude erzeugen bei mir. Nein, eine romantische Stimmung, weiss ich das. Wie pervers ich doch bin. Und du wütest. Obald wir, oh rysen. In der Mitte Chüttlwit.